Hallöchen, wir zeigen euch heute, wie ihr eure Adventskalender-Türsum kreativ gestalten könnt. Natürlich nicht nur inhaltlich kreativ gestalten könnt, sondern auch wie ihr euer Kalender öffnet. Dass ihr zum Beispiel heute die Nummer 35 habt, wie ihr das zeigen könnt. Herzlich willkommen zu Tag Minus 2. Heute lese ich euch eine kleine Geschichte vor. Das kann natürlich auch ein Impuls sein oder eine andere Kurzgeschichte oder was euch so über den Weg läuft und ihr gerne teilen möchtet. Das ist das Kalender-Türchen 35. Heute basteln wir zusammen. Und das können verschiedene Sachen sein, zum Beispiel Schneeflocken oder andere Sachen, die ihr am Advent gerne basteln möchtet. Willkommen zum Adventskalender-Türchen Nummer 47. Ich bin 49. Ihr könnt euren Beitrag natürlich auch musikalisch kreativ gestalten. Mit Weihnachtssinern. Ich zeige euch das einfach mal. Also ihr merkt schon, eure Beiträge können sehr kreativ sein. Ihr könnt uns Videos oder Bilder oder auch Audiodateien schicken. Wir freuen uns sehr auf das, was ihr uns schickt und was wir uns anschauen dürfen. Und sind gespannt auf einen tollen Advent mit euren Beiträgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.